So ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wundervollen Folge von Gran Turismo 7, diesmal mit Missionen. Das machen wir in den Let's Plays, das ist eine richtig schöne Sache, hierfür haben wir genau eins gebraucht. Jetzt heißt es, Ovalrennen für klassische Muscle Cars. Schon eine leichte Berührung mit der Wand bedeutet auf einer ovalen Rennstrecke einen herben Rückschlag. Kontrollieren Sie Ihr Fahrzeug mit dem Gaspedal. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe aber kein Gaspedal, ich habe nur einen Trigger. Vielleicht sollte ich mir so eine Triggerverlängerung holen, dass man das noch genauer steuern kann. Neem, 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 neem. Northern Isle Speedway ist die Strecke, meine Damen und Herren. Und hier werden wir in die Verzweiflung geraten. Du dürftest eigentlich auch nicht lange laden, das dauert hier nicht lange. Das ist ja nicht viel. So, was fahren wir eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht geguckt? Fahren wir Camaro? Ein Camaro! So, wir haben fünf winzig kleine Runden Zeit, um uns den ersten Platz zu holen. Dürfen wahrscheinlich wieder keinen anderen berühren, ich will es gar nicht ausprobieren. Oh, 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 der hat einer leichte Probleme. Oh, vor mir die Kiste, richtig geil, Burt Reynolds liebt dieses Auto, oh, 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 ein bisschen angetackelt habe ich schon. Das war der Wagen, das ist ein alles gekochtes Schlitz, aber eben der schwarze, richtig cool. Oh, oh, oh. Also hier ist die Problematik nicht nur, dass man halt ein sehr kleines Oval fährt, sondern dass alle auf der Ideallinie schon im Weg sind. Das ist schlecht, aber. So, freie Bahn mit Marti-Bahn, jetzt können wir hier schön durch. Hoffentlich kriegen wir den Transender vorne noch ein. Richt in die Wand, schön den Speed mitnehmen, letzte Kurve, oder? Schmackes aus der Kurve. Und nein! Und da guckt Sarah noch so freundlich und gehässig, die blöde Kuh. Versuchen wir nochmal unser Glück. Knapp war's, knapp. Aber ich glaube, diesmal schaffen wir es, weil ich brauchte eben erstmal so ein bisschen Einarbeitungszeit auch. Jetzt weiß ich, dass es nicht schlimm ist, jemanden ein bisschen zu rempeln oder die Wand zu berühren. Fährt auch wirklich genau gleich wie eben, ne? Rutscht wieder hinten raus. Aber diesmal kam ich zügig dran vorbei. So, dass ich mich jetzt hier mit den restlichen Gefährten schon auseinandersetzen kann. An dem Super-Bee möchte ich gerne jetzt direkt vorbei. Danke. Jetzt mit Schwung raus. Und, oh, ist am dritten hängen geblieben. Und das ist jetzt etwas ungünstig. Weil ich dachte nämlich, dass ich dann viel einfacher an allen vorbeikäme. So, eine Runde früher schon an den Trans-M angedockt. Jetzt müssen wir hier aber auch zeigen, dass wir es wert sind, diesen Pokal zu bekommen. Ich will ihn. Komm schon. Jetzt könnte es zu Ende sein, ne? Also die Runde ist jetzt überflüssig für mich. Die macht jetzt alles nur schwieriger. Und jetzt muss ich auch die Führung behalten. Ja, aber es sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wenn ich jetzt kein Kappes mache in der letzten Kurve, dann passiert das aber. Und jetzt muss ich aber gucken, dass ich eine Blocke. Ja, passt aber. Haha. So. Okay, das war's mit dem Let's Play. Nein, war's natürlich nicht. Aber das war doch schon mal zügig, ne? Guck mal, so kriegt man auch fünf Minuten. So. Sehr, sehr angenehm. Schön. Ja, ein bisschen Bewohnung fehle von uns hier. Das ist das bisschen. Das bringe ich ja aus, wenn ich die Karre lackieren lasse wieder. Also bitte. Bitch, please. So, jetzt fahren wir hier. Guck mal, was fahren wir denn? Überholen sie alle Samba-Busse in den steil ansteigenden Kurven von Alsace. Äh, sie müssen sich durch ducken und durch die engen Passagen schlängeln. Und ich war den sportlichen Käfer, ja? Na dann. Gehen wir's an. Das werden wir ja wohl mal easy peasy auch hinbekommen, oder? Was meint ihr? Ich denke doch. Doch, 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 doch. Sollte ja wohl locker klappen. Ähm. Vielleicht nicht ganz so einfach wie jetzt die Geschichte gerade mit dem Oval. Aber. Wäre cool, wenn's ein First Try wär. Aber ich glaub nicht. Müsste ich erst wieder ans Auto gewöhnen. Gucken, wo es denn hier überhaupt hergeht und so. Oh, okay. Also, ich geb schon Vollgas. Merkt man nicht. Ich weiß, aber. Ei, ei, ei. Platz da. Jetzt kommt Herbie. Oh Gott, ich komm hier gar nicht den Berg hoch. Weg da, weg da, weg da. Ich hab noch Schwung. Geht, fahrt mir aus dem Weg. Ich hab Schwung. Ich hab, boah, fast den Berg nicht hochgekommen. Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh, hier ist schon Ende. Ich dachte schon, oh, guck mal, ich hab den ersten gleich ja schon. Und dann ist hier Ende. Ach, wie enttäuscht. Okay. Okay, okay, okay. Also haben wir nur diese eine Ess-Schikane. Das heißt, die muss ich jetzt mit richtig Schmackhoffatz Power nehmen. So. Und am besten voll durchschneiden. Hier, 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 innenbleiben, innenbleiben, innenbleiben. Jetzt zieh ich auch noch den Roten ab hier. Komm schon. Ja. Ja, guck's. Ja, hier, Käfer-Power. Wo ist er? Da. Ja, Wollo, Alter. Mit Handbremse. So. Zack. 360. No scope. Okay, cool. Den haben wir wohl. Ja, wer hätte gedacht, dass das so schnell geht? Ich hab jetzt echt gedacht, das dauert länger. Aber, ja, jetzt sind wir da. So, jetzt hier mit dem Jeep. Jeep Nachtsafari. Nur Sie und Ihr Jeep in der tiefschwarzen Nacht von Colorado. Nehmen Sie Linien, die Ihre Rivalen nicht benutzen, um an die Spitze zu gelangen. Guter Hinweis, dass wir nicht durch unsere Rivalen durchfahren sollen. So, das ist ein sehr, sehr netter Hinweis. Dankeschön dafür. Colorado Springs. Die Mission lautet Jeep Nachtsafari. Bin ich jetzt echt gespannt. Mit einem alten Willys Jeep von 1945. Ja, geil. Ah, ist ne Rallye-Strecke, okay. Das find ich wohl gut. Hab ich Fernlicht? Nö. Ah, ich kann aber Lichthupe geben. Hab ich dann mehr Affen? Weg, 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 weg. Ich muss hierher. Fahr doch mal zur Seite, Bro. Ich hab nämlich keine Ahnung, wann das Ziel hier kommt. Wem, 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 wem. Das ist nur noch den hier abziehen, dann hab ich's. Komm schon, komm, komm, nicht berührt. Au, 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 so knapp, so knapp, so knapp. Das macht mir Spaß. Stell dir mal vor, du sitzt da wirklich drin. Ist dir kalt? Nein, 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 nein. Warum zitterst du? Ich fühl das voll gut. Hüpf macht der. Wir können nur noch diesen einen da kriegen, aber der ist ganz schön weit weg, den schaff' ich nicht, glaub' ich. Jetzt hinter der Rechtskurve ist das Ziel, ne? Ich kann nicht aufhören damit. Hier, bisschen besser. Da fällt ja alles ab. Schubs mich nicht. Joghurt im Rucksack. Zack! Dann machen wir das auf die harte Tour. Oh, die Harten kommen im Garten. Weichen können sie schleichen. Ja. Ja. Jawolli. Ja, da hab ich meinen Willy als Ersten reinbekommen. Haha. Sehr gut. Schön. Der Goldjunge hat wieder zugeschlagen. Na dej weich machen. Pff fa 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 fa. Ja, gute Mission, gute Mission. Mir ist sehr gut gefallen. Ja, guck mal, ich dachte jetzt echt nach dem Problem bei dem ersten Let's Play, dass wir jetzt hier bei jeder einzelnen, also das jetzt, eigentlich dachte ich, dass wir jetzt aus jeder Mission eine Folge machen würden, aber ja, okay. Okay, wahrscheinlich habe ich dann aber eine Mission einfach, die drei Folgen dauert oder so. Das wird sich schon irgendwie ausgleichen. Es sind ja noch genug Missionen da. Und wir haben ja immer noch die Superlizenz und ach, ganz viel dieses Strecken-Kennenlernen-Dingens. Ah, Leute, da wird noch richtig was kommen. Da ist noch gut zu tun. Schöne Sache ist das, schöne Sache. So, Circuit Saint-Croix. So, eine Herausforderung, bei der Sie versuchen, auf einem begrenzten Streckenabschnitt Ihre Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Im Windschatten hinter anderen Autos können Sie Ihre Geschwindigkeit stark erhöhen. 195 kmh ist Gold. Gold. Jetzt sind wir bei Null. Das stimmt doch gar nicht. So, ah, okay, dann weiß ich auch, wo das... Nee, doch nicht. Ich dachte, hä? Okay. Aber jetzt, komm schon, jetzt ziehen wir uns hier ran. Schnurr. Jetzt richtig ziehen. Zehn. Zehn. 90. 91. 92. 93. 94. Jawoll. First try, bitches. Windschatten habe ich drauf. Okay, das war nun wirklich die einfachste von allen. Fahr einfach hinter den anderen Autos her. So, ja, pff. Viele Fahrzeuge. Ich habe hier mit dem Fahrrad gemacht. Hm. So, kriegen wir das auch noch hin? Oder muss das auf die nächste Folge verlegt werden? Werden wir sehen. Tokio Expressway. Eine Spur breit. Heißt die Mission. Sollte es vielleicht heißen, eine Spur zu breit? Hm. Werden wir sehen. Ich finde es übrigens sehr schade, und ich hoffe, dass das nachgereicht wird, dass die Special Stages nicht dabei sind. Also, es gibt nur die Special Stage X oder so. Ja, super langes Höchstgeschwindigkeitstest. Aber die Special Stage Route 6 oder, äh, ja, die Dinger so, die fehlen halt so. Das ist ein bisschen schade. Die waren immer richtig cool. So, überholen Sie auf dem engen Tokio Expressway. Wechseln Sie, wenn nötig, die Ideallinie, um vorbeizukommen. Danke für diesen Hinweis. Mit einem Toyota Crown Athlete. Oh, okay, berühren ist nicht. Berühren, also, anfummeln darf man nicht. Immer eine Armlänge Abstand halten. Ich verstehe. Ich finde übrigens geil, dass halt diese, diese Metall-Ausdehnungsfugen hier, wenn man da mit einem Reifen drüber fährt, dass die so Bock machen. Okay, Wand darf man auch nicht. Ja, gut, okay. War alles absichtlich. Wollte ich, wollte ich nur mal, hab so einen Freund gefragt. So. Das wird, das wird lange dauern, glaube ich, hier. Weil hier sind nur Autos und Wände. Hier gibt's keine, na, da leck mich doch immer. Ich werde hier viel fluchen. Erstmal jetzt bis zum Ende kommen. Oh, das war aber auch knapp schon. Ich komme hier wahrscheinlich gar nicht an den vorbei überhaupt. Oh, na, der Wand noch näher. Bremsen. Oh, knapp. Ich sehe nix. Ah, da ist die Ziellinie schon. Äh, okay. Boah, nochmal ganz hinterlistig aus dem Nichts weiter geworden. Okay, Leute. Mit dieser herben Enttäuschung hört diese eine Folge auf. Vor uns ist ein Golf 1 GTI, dem wir nochmal kurz das Hakenzeichen vom Heck geballert haben. Und ich sage vielen lieben Dank und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.